roundhouse das ist cool scheiß am stil ja scheiß am stil haben wir auch ne flittchen und die sieben geilen also wir ziehen uns die heavys gehen mal hier hin nein die hellkett hier und sichert da die straße und die mediums gehen hier hin da die straße auf der dritten zeit kennt jemand kalkhofer im hof was die folge kalkhofer im hof ok mit dem all-you-can-fuck ja schade sehr geil av uv öpnv wir haben alles öpnv man fahrt nicht zu weit vorne dann los jonas abgebaut die heavys müssen jetzt da eben schon mitspielen ernsthaft jungs ich gehe auch zu den mittleren und sie von dazu ein bisschen zu wirken weil dann kommen wir in die zange nehmen und wir jonas wir probieren unseren heavys den rückens frei zu halten weil irgendwann kommen da die gleich die leichten von hinten wir sind schon da wir sind bewegungsunfähig ja da kommt sie schon Winkelspiegel zerstört ja ma mist ey ich nehme nur noch gold auf den 5 Treffer ich bin raus Cap ist kaputt ich komm jetzt in er hol ja scheiße ich bin sie wieder frei haltet die augen auf ja die augen schöner pano für die so kv2 ist gekettet übrigens ihr durft da draufhauen Achtung die t7 ist wieder gekettet kommt Mädels heres one shot danke Null schaden respekt schon wieder so ein loser match ach mit euch mal nett irgendwo hinfahren aufs land ja ich bin in die schusslinie gefahren ne kleiner drecksack du so ich bin jetzt gekettet spontan keine lust mehr täglich fickt das Murmeltier jahre x jahre 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 weißt du auch warum wir verlieren weil alle immer nur gucken nur nach neuen porno Titeln gut soweit ist das zu einfach ich wünsche euch was was ich wünsche euch was und wünsche euch was zu demnächst mal Tschüss.